Der sah so aus wie ein Pelikan, so ein bisschen, fang ich so. Saß er da so. Aber die sieht wirklich so aus, dass es mal runterfallen kann. Ja, und wenn man hier das abkürzen dürfte, aber das darf man scheinbar nicht, man muss da außen rum gehen. Das weiß ich nicht. Können wir ja mal versuchen. Obwohl wir hier schon sind, ne? Da steht da ein Schild, das betreten verboten. Ja, vielleicht auch nicht. Dann bist du optimistisch. Da sind wir ja mit Gunders in der Karlegube verschüttet worden. Beinahe, beinahe. Das hätte er ja wissen müssen, ne? Der war doch auch noch jung. Ja, aber er hat das doch studiert. Ja, trotzdem. Dass der so elendig zugrunde gehen musste. Wieso ist er elendig? Ja, weißt du? Ja, weißt du? Ja, es hat er ja gehabt. Ja, es hat schwere Krankheiten. Früher tot. Bitte nur Hauptwege benutzen. Kein Durchgang. Guck, wir wollen nicht, dass wir da gucken. Hey, da ist es nicht. Ja. 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 Ja.